Wir freuen uns noch auf mehr Vater-Tochter-Videos in Zukunft. Exzentrisch wie auch besonnene Figuren sind das Steckenpferd von Hollywood-Schauspielerin Jessica Chastain. Ganz frische Oscar-Preistrierin übrigens. Aber auch eine Frau, die Haltung zeigt. Und wie, eines ihrer Herzensthemen ist das große Leid in der Ukraine. Die Schauspielerin hatte z.B. in sozialen Netzwerken eine Reihe von Fotos ukrainischer Frauen veröffentlicht, die gezwungen waren, in Bombenschutzkellern zu gebären. Jetzt ist sie selbst in das kriegsgebeutelte Land gefahren.